hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die sims 4 so was denke ich dein auftrag schreiben hast du abgeschlossen okay lea ist zu einer henne herangewachsen sehr gut ja und kala begrüßt uns mit einem ständchen so die kitties müssen glaube ich hausaufgaben machen jawohl du musst auch hausaufgaben machen was warst du gerade machen tisch decken okay und du musst natürlich auch hausaufgaben machen mein lieber so du hast hunger bei dir ist alles grün wo das noch bilder lieber verkaufen können sie sehr gut du könntest eigentlich ein einrichtungsartikel mal schreiben schreiben in einrichtungsartikel wenn wir gerade in einrichtungs dingen gemacht so du musst gleich zu arbeiten und mein lieber elf minuten genau so da ist noch futter sehr gut was hat kelly wo ist kelly da ist kelly kelly macht sich gemütlich sehr gut und die kiddies sind am lernen das ist auch gut zur arbeit gehen sehr gut was bist du noch mal von beruf irgendwas mit komiker komiker ja zehn was er macht ordentlich geld da kann man nicht drüber meckern oder stimmt da hat michael noch was gemalt du schreibst einen inneneinrichtungsartikel das kannst du da mal verkaufen dann müssen wir glaube ich auch noch mal wieder ich will keinen job foto hinzufügen und soziale medienstatus aktualisieren und dann kann man mal anzahl der follower überprüfen so und ihr macht eure hausaufgaben wo ist der karl hausaufgaben mein lieber der glaubt dass er das einfach schwänzen kann wo kommen wir denn da hin er muss zwar gleich aufs klo aber hausaufgaben kann davor einmal machen und danach dann aufs klo gehen nicht wahr mein lieber kahle so ich kann gerade den kalender gucken ist in irgendwelche ereignisse wie geburtstag nee das dauert alles noch das piraten tag wieder habe ich ja nicht so die lust drauf aber naja die gefällt dann so du hast fast fertig sehr gut du fühlst dich unwohl du musst gleich mal was essen das kann man dann erstmal machen die darfste essen bevor sie schlecht wird und du darfst anschließend schon einmal auffüllen so artikel von karl kommt gut an der beliebteste kommentar lautet wow das hat mich unheimlich inspiriert ich frage mich was davon ich wohl selber hinbekommen könnte sehr gut so das geld hat sie das bild hat sie verkauft sonst brauchen wir gerade nichts groß machen das kannst du mal wegräumen beziehungsweise eher aufräumen so so soziale medien status aktualisiert hat follower hausaufgaben fertig du könntest du hier nochmal ein bild malen wäre kein fehler und sie kann dann hundefutter so wenn du fertig gegessen hast ja dann darfst du deine zusatzaufgaben mal machen karl hat die hausaufgaben auch fertig oder karl und maria du darfst danach auch nochmal zusatzaufgaben achso ne Moment du musst erst aufs klo dann geh du bitte mal und dann machen wir die zusatzaufgaben so du kannst das danach gerade mal aufräumen karl hat die hausaufgaben auch fertig er muss jetzt aufs klo er hat auch hunger kann danach auch erstmal was essen äh fünf tage fünf tage nimm mal sowas und danach darfst du dann wieder zusatzaufgaben machen weil die müssen gemacht werden das ist einfach so nicht wahr kelly ja bail du würde gerne mehr mit den kitties und so machen aber dadurch dass die in der schule den hausaufgaben und zusatzaufgaben und äh da hier die aufgaben immer noch haben kommen die eigentlich zu überhaupt nichts anderem ne zusatzaufgaben dauern nochmal relativ lange viel mehr schaffen die gar nicht das ist das problem wobei die können auch ferien machen oder können die ferien machen von der schule also frei verfügbarer urlaub ja wir haben urlaub hm ich überlege gerade machen wir morgen vielleicht mal mit den kindern frei urlaubstag nehmen so du auch und du genauso dann habt ihr morgen ist morgen schulfrei hm dann können wir nämlich mal mit denen was machen da könnt ihr A ihre schulprojekte fertig machen so können wir da ein bisschen was so allgemein mal machen das ist ja auch ganz nett oh du hast dich hingelegt ups ah Carlos hat zusatzaufgaben abgeschlossen der ist jetzt dann aber auch müde und braucht Spaß Spaß können wir hier mal machen spiel spielen so was war das gerade Carlos hat einen Tag Urlaub genommen sehr gut zusatzaufgaben abgeschlossen Carla Maria hat es auch abgeschlossen sehr gut so auch du brauchst Spaß du kannst hier mal ein bisschen spiel spielen so hat auch einen Tag Urlaub genommen sie hat dann noch Hunger dann müssen wir gleich noch einen Happen essen mehr Auswahl so Karl hat sich wieder schlafen gelegt ist auch absolut okay ähm sieht's bei dir aus du warst auch bald fertig du brauchst dann auch Spaß kannst da ups auch noch ein bisschen zocken sehr gut so Spaß ist bei dir wieder voll dann kannst du da aufhören bei dir ist Spaß auch voll so du brauchst Energie du kannst dich schlafen legen genau sehr gut und dann haben wir nämlich morgen mal ein bisschen Zeit Zusatzaufgaben abgeschlossen sehr gut du kannst jetzt gerade noch den bestimmt ein bisschen Spaß brauchen wir noch und danach kannst du dich schlafen legen hat auch einen Tag Urlaub genommen sehr gut sorgen wir noch für ein bisschen Spaß Michelle ist zu Hause sehr gut der hat auch erstmal Hunger der kann auch gerade mal einen Happen essen ach da ist ja der Kühlschrank äh oh wir müssen nochmal wieder Essen machen so und Energie braucht er noch naja und das können wir nachher auch noch so Spaß alles voll dann kannst du dich nämlich auch schlafen legen meine Liebe sehr gut machen wir morgen ein bisschen Sport und Schulprojekt und so mit den Kiddies guck mal dass er Spaß vollkriegt ja dauert noch ein bisschen so Michelle der ist hat gegessen sehr gut aufräumen bitte und dann kannst du dich schlafen legen so dann müssen wir nur noch ein Karl schlafen schicken und dann haben wir den Tag auch durch so Spaß hat er fast voll da warte ich noch gerade drauf geht ja relativ zügig ne geht ja sogar wir können auch zum Karl hingehen ne so Spaß wäre voll reicht jetzt kann er sich schlafen legen und dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Zeit morgen das ist schon mal ganz schön 6 Uhr Carla Maria steht auf ist ausgeschlafen so dann kannst du hier mal damit schon mal anfangen dass wir da auch mal Zeit für haben für das Schulprojekt du bist auch wach du musst aufs Klo hast Hunger ja Carla Maria Carla ist auch wach sehr gut so ein Gericht nehmen wie sieht es bei dir aus du musst bist nahezu ausgeschlafen du musst aufs Klo dann würde ich sagen geh du mal und anschließend kannst du noch mal wieder was kochen brauchen wir dann Essen so Carla ist auch wach sehr gut die räumt auch auf auch sehr gut und dann darfst du ihr mal das Bild verkaufen meine Liebe SMS du hast wirklich deine Nummer was ja geh du mal strullern dann darfst du das hier verkaufen und dann muss jemand für die nach den Hühnern gucken ne fällt mir gerade ein Futter verstreuen Eier einsammeln Stall säubern und nochmal Futter verstreuen das müssen wir auch machen so Carla ist auch fast ausgeschlafen der ist ausgeschlafen der hat auch Hunger kann sich das letzte Gericht hier nehmen so Carla Maria ist am Schulprojekt ist auch ansonsten sehr zufrieden sehr gut sag mal was machst du dummer Hund mach das mal weiter außerdem Michelle musst du ja musst du anschließend der Dings machen ne Auftritt weiterschreiben Carla hat etwas gefunden einen Vitaldünger sehr gut dann können wir direkt mal verkaufen den brauche ich nämlich nicht drei normale Eier Vitaldünger Speicherkarte achso da sind die vorher nachher Fotos drauf gespeichert so und du koch hier mal gefälligst weiter kannst doch nicht einfach aufhören und anschließend darfst du dann hier Auftritt weiter verfassen dass wir da hier deine Tagesaufgabe fertig kriegen muss ja auch noch befördert werden so Carla könnte noch ein bisschen Sport machen ups ich bin jetzt erwachsen ich bin jetzt alt genug um hinzugehen wohin ich will und zu tun was ich will könntest du mich jetzt bitte wie einen Erwachsenen behandeln mal sehen was sich machen lässt ok so machen wir ein bisschen Ausdauerlauf sehr traurig dann kannst du hier mal ein bisschen boxen so du bist noch am Essen du müsstest duschen so tägliche Obergrenze für Lebensstil erreicht Kala Maria ist noch glücklich ne sie kriegt sie langsam Hunger ok dann würde ich sagen holst du dir nachher mal was du darfst aber erst noch am Projekt weiter arbeiten noch ist der Hunger nicht so groß du bist am duschen Michelle du sollst deinen Auftritt weiter planen du sollst deinen Auftritt weiter planen bist doch ein blöder Hund was bist du für ein blödes ich sag's nicht jetzt bist du inspiriert jetzt mach deinen Auftritt bitte was soll das er macht einfach nichts boah was ist das wieder für ein Arschlochspiel was ist das wieder für ein boah Sims ok jetzt macht er hat er den schon fertig gehabt oder was muss man nicht verstehen so Karl kann sich hier mal abreagieren sehr unwohl achso nee sollst du hier zum Wäschekorb bringen will er nicht fühlt sich zu unwohl jetzt ist er glücklich so bevor du da weggehst du kannst hier noch achso nee du wolltest baden okay mach das mach das mach das mal lieber ja ja bade du so oh Madame muss aufs Klo dann würde ich sagen dann gehen wir gerade mal dann gehen wir mal so wie lang läufst du eigentlich du willst duschen oder baden das ist okay absolut okay das ist mehr als absolut okay so und du kannst dir jetzt mal was zu essen holen meine Liebe ein Gericht nehmen so Zusatzaufgaben haben sie zum Glück alle gemacht äh was bei der Renovierung möchte was soll ich da ne ich komme nicht vorbei was sollte ich denn da so du bist noch gemütlich am baden ach du hast dich da oben in die Wanne gelegt okay okay ich überlege gerade wir könnten da eigentlich eine Tür reinmachen ne wobei wenn das Gerät davor steht dann schlecht hm so du kannst danach dann aber eigentlich auch mal ein bisschen Ausdauerlauf hier machen Training äh was haben wir wieder für einen Anruf hat ja mach mal Michelle hat so eben das erst den ersten Liebschaften der peinlichen Art Comedy zu Ende geschrieben ah okay bist du fertig mit ne 50% erledigt dann kannst du den aber mal üben mein Lieber so 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 Karl kann noch ein bisschen Sparring üben dass die Kiddies mal ein bisschen sportlicher werden ne so du willst eh da hoch dann kannst du auch noch ein bisschen hier boxen so Carla will zocken würde ich aber ganz gerne eigentlich dass du nochmal wieder malst das wäre nicht verkehrt so Bauchschmerzen verlachen Michelle reißt ein willst nach dem anderen und fühlt sich unbesiegbar war es übertrieben zu behaupten dass er ja mag er mag er logisch so 75% erledigt kriegen wir die 50 voll so die kriegt ihr Geld das ist okay abgeschlossen sehr gut dann kannst du duschen so sehr traurig immer noch kannst danach mal vorsichtig arbeiten du kannst danach dann auch mal vorsichtig arbeiten Carla Maria kann danach mal kochen wobei die wird wahrscheinlich jetzt erstmal duschen jawohl jawohl er macht sich so langsam er macht sich so langsam oh Carla hat einen Anruf äh du eins da blöd Mann nein nicht um Hilfe beim putzen bitten zu ihr hingehen wollte ich oh das Bild gefällt mir Leila was willst du ich habe eine spannende Neuigkeit Carla Olinia und ich sind Eltern geworden möchtest du vorbeikommen und dem Baby Hallo sagen ne wollen wir nicht mal du mal weiter mal du doch bitte mal weiter Michelle hat mal wieder alle Klamotten hingepfeffert einfach weil das kann einfach weil das kann so wie geht's dir du kriegst langsam Hunger dann könntest du mal was essen so du könntest hier mal was kochen meine Liebe auch kein Fehler Glückwunsch Carla hat eben mein Meisterwerk fertiggestellt das gefällt mir auch gut das würde ich glaube ich sogar behalten ähm ins Inventar packen so dann können wir das da nämlich aufhängen das gefällt mir besser doch so machen wir das und dann kannst du das hier nämlich verkaufen hoppala so und wie ich sehe ist die Zeit auch schon lang wieder um deswegen sage ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ja lass gerne einen Daumen nach oben da und du sollst immer noch kochen äh wer bin ich ich weiß nicht was ich werden will wenn ich groß bin aber ich werde alle meine Freunde haben schon eine Idee wie finde ich heraus was ich will überlege was du gerne machst so und du sollst jetzt kochen meine Liebe immer noch so Konfliktlösung von Carla Maria so du bist am deine Aufgabe anmachen Carla kriegt noch einen Anruf die Morgen ja komm vorbei so wen hast du möchtest du gerne so glücklich sein wie ich nun es liegt in deiner Hand schick mir einfach ein Simoleon zögere nicht die Glückseligkeit Blödsinn aber unsere Telemarkenbetrug war klick genau so sehr gut wie geht's dir ach so genau ich wollte die Aufgabe beenden oder die Folge beenden ne deswegen sag ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen wenn ja lass gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in diesem Sinne Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020